ja hi leute hier ist wieder steven von xltona heute haben wir uns wieder den ts 5350 dazu geholt was wollen wir machen wir wollen das wlan einrichten die energiespareinstellungen machen und wollen uns noch mal anschauen was sind denn da eigentlich für patronen möglich wie kann man vielleicht noch ein paar kosten sparen ohne die druckqualität zu vermindern ich würde einfach mal mit dem wlan beginnen dafür schaltet eure gerät ganz einfach ein damit er das wie bei uns auf dem display seht eine kopie starten a4 und farbband unten könnt ihr dann mit ok auf das menü zugreifen und da könnt ihr dann quasi die wlan einstellungen vornehmen erste einstellungen sind die kopiereinstellungen ganz klar falls ihr irgendwelche sachen ändern wollt wie intensivität wie viel wollt ihr drucken mit rand ohne rand mit datum in farbe schwarz weiß genau da könnt ihr alles so ein bisschen einstellen wir wollen jetzt zum wlan einrichten und gehen einfach auf die einstellungen bestätigen das mit ok dann wird das ganze verarbeitet und wir sollen einfach mal einen moment warten so jetzt kommen wieder unsere typischen vier einstellungsmethoden wir haben die einfache verbindungsmöglichkeit die manuelle die wps tastendrückmethode die mit den sag ich mal gängigsten routern einfach problemlos möglich ist wenn ihr quasi auf dem router die wps taste drückt und auf dem drucker ok dann finden die sich automatisch das passwort automatisch hinterlegt der name wird automatisch gefunden und dann ist er direkt im wlan wer da sage ich mal technisch nicht so affin ist dass die einfachste und bequemste lösung wer die möglichkeit nicht hat soll lieber die manuellen einstellungen nutzen so wie wir das jetzt hier auch tun und dann sucht er ganz klar nach routern die die hier im netzwerk fähig sind und mal schauen was er uns da raus bringt wir haben jetzt mehrere router gefunden wir nehmen unseren router wählen diesen aus man hat die möglichkeit mehrere router auch in dem einzelnen gerät einzurichten wenn man jetzt in dem mehrfamilienhaus wohnen wo dann quasi in der ersten tage das erste internet steht und unten ist dann noch ein internet da könnt ihr beide rein holen und dann ist problemlos mit beiden drucken möglich aber wir haben jetzt nur eins und bestätigen das mit weiter und sagen wir wollen nur ein router verwenden dann wird uns wieder vorgeschlagen dass man mit hilfe der mac adresse den router besser einrichten kann dann machen wir das ganze und dann wird auch schon schon das passwort abgefragt da können wir wieder mit ok drauf drücken und dann werden wir hier unten die ganzen buchstaben benutzen heißt für uns wir gehen noch mal zurück gehen mit dem file das norm nach unten und da sehen wir hier können dann jeweils den buchstaben wählen ich gehe wieder auf zurück wenn wir das ganze switchen wollen müssen wir auf die genau hier war das auf diese taste mit den zwei ringen tippen und dann können wir quasi zwischen dem großbuchstaben der zahl und den sonderzeichen switchen wenn wir jetzt hier durchsteppen da sehen wir hier backslash größer als kleiner als ja was ihr halt in eurem passwort verwendet habt je nachdem wie stark das passwort ist wir fangen hier einfach mal an unseren drucker einzurichten und fangen an den ersten step zu machen das ganze würde ich jetzt einfach überspringen ihr müsst das passwort quasi hinterlegen und dann einfach mit ok bestätigen so wenn das ganze dann mit der grünen taste nachdem eure passwort eingegeben habt bestätigt habt folgt auf dem display verbindung zum wireless router wird hergestellt das dauert einen kleinen moment je nachdem wie weit der router von euch entfernt ist oder wie schwer euer passwort ist wird das einen moment zeit in anspruch nehmen wenn das erfolgreich abgeschlossen ist steht verbindung zum wireless router hergestellt das ganze bestätigen wir mit ok und dann sehen wir hier oben auch schon im display ich drücke noch mal die ok taste wie stark ist euer wlan es ist verbunden und damit haben wir die einrichtung zum wlan auch schon abgeschlossen nächster step wird sein ihr könnt jetzt natürlich mit eurem laptop drucken der im wlan ist mit eurem rechner mit eurem fernseher smartphone wir jetzt wollen euch ein android gerät und ein also ein apple gerät vorstellen wie man das einrichtet wie man da vorgeht als erstes müsst ihr quasi auf euren playstore gehen da könnt ihr dann quasi die canon print app suchen ganz normal unter die keywords canon und print eingeben und dann wird ihr euch direkt angezeigt heißt inject selfie die ladet ihr euch runter dann öffnet ihr die und dann wird euch quasi dieser homescreen angezeigt bei mir ist jetzt schon der tr 8500 series eingerichtet das ist so mein standard drucker aktuell oben links findet ihr ein drucker zeichen mit einem plus da geht ihr einfach mal drauf und dann werden euch die jeweiligen drucker im netz angezeigt wir gehen jetzt auf unseren drucker den wir aktuell haben das wird unter dem ts 5300 series angezeigt ist euer drucker den ihr hier dastehen habt nur gibt es von dem modell unterschiedliche version 51 ist weiß 52 ist rot 53 ist grün und dann gibt es noch mal darunter verschiedene verschiedene modelle die mehr oder weniger applikationen bieten bei ihm hier haben wir wie gesagt kein fax dabei da gibt es welche mit fax und so weiter und so fort wenn die druckeinrichtung noch nicht abgeschlossen wurde schließen die die einrichtung des druckers gemäß dem online einrichtungs handbuch ab haben wir schon getan also schließen wir das ganze jetzt bestätigt er uns die verbindung zum drucker jetzt dürfen wir bilder auswählen das ganze überspringen wir einfach mal gehen zurück drücken oben rechts auf das x und dann haben wir den drucker auch schon drin er wird sogar anhand des bildes angezeigt was wie gesagt canon hat eine unglaublich gute haptische software entwickelt kann man nutzen ich persönlich nutze immer meine applikation auf meinem smartphone in form von abdobe zum beispiel oder meiner galerie jetzt gehen wir quasi in den abdobe reader und habe ich euch schon mal ein bild vorbereitet das ist unser firmen logo und das möchten wir jetzt einfach mal ausdrucken dafür müssen wir oben rechts die drei punkte betätigen dann werden uns so verschiedene möglichkeiten aufgezählt wir suchen uns die den punkt drucken raus bestätigen das ganze und dann werden wir auf den nächsten punkt weitergeleitet da ist jetzt noch mein alter drucker eingerichtet der jetzt hier nicht im netz ist da wählen wir einfach oben mit dem pfeil nach unten aus wo unser drucker ist ich finde ihn gerade nicht ist natürlich ein bisschen ärgerlich aber wir kriegen das alles irgendwie hin hier ist er doch da haben wir den drucker gefunden den wählen wir aus jetzt haben wir hier verschiedene möglichkeiten wir können ausbilden wie viele exemplare soll er drucken in schwarz weiß und so weiter und so fort das habe ich aber in den anderen ersten richtungsvideos auch ganz gut erklärt wenn dann noch mal irgendwelche fragen offen sind könnt ihr euch das auch gerne anschauen wir werden jetzt hier wieder a4 aus hochformat das ganze soll einseitig passieren immer wichtig wenn er beidseitig druckt dann wird er immer einziehen wird zwar nichts aufs blatt bringen aber der step wird länger also achtet darauf was er einstellt das ganze können wir dann einfach mit dem druck auf dieses gelbe feld wo der drucker abgebildet ist bestätigen und dann wird der druck losgeschickt der drucker reagiert auf dem bildschirm steht bitte warten und jetzt steht da drucken und dann dauert das einen kleinen moment und schon kommt das blatt raus das schöne an dem gerät ist erst unglaublich schnell aber wie zugleich eine sehr sehr gute druckqualität an also offen normalpapier ist das völlig legitim und völlig ausreichend meines erachtens nach und für den preis der weit unter 100 euro liegt oder ja unter 100 euro liegt ist das auf jeden fall sehr legitim kann man mit arbeiten nachdem wir uns das mit dem android gerät angeschaut haben wir uns jetzt das apple gerät dazu geholt ihr könnt noch mal mit dem mit der taste ok überprüfen ob eure wlan einstellungen noch alle vorhanden sind damit das handy auch findet wie gehen wir jetzt vor fürs erste möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen ich möchte mich für die hintergrundgeräusche entschuldigen wir hatten hier ganz tolles hochwasser und deswegen sind die aufräumarbeiten noch im vollen gange und da kann es passieren dass er das ein oder andere die ein oder andere baumaschinen im hintergrund hört sorry dafür also wie gehen wir weiter vor wir gehen in den app store da geben wir canon ein und dann wird uns auch die canon app angezeigt zack da ist sie canon print inject app die ladet da einfach runter installiert sie und dann müsst ihr so öffnen dann müsst ihr oben links habt ihr einen drucker mit einem plus zeichen dann müsst ihr draufklicken und dann könnt ihr euch den drucker auswählen den er einrichten möchtet wir haben das ganze hier schon getan wie unten zu sehen wird er auch schön mit dem bild angezeigt da habt ihr die möglichkeit alles in der app zu nutzen fotodrucke dokumentendrucke das bild anzugleichen in form von ich will ein datum drin haben rand dabei oder ich möchte es auf mehrere möchte ein bild auf mehrere auf ein blatt bekommen mehrere bilder auf ein blatt so rum wenn er das dann gemacht habt könnt ihr dann bequem los drucken über die app ich selber bin so ein freund von den applikationen wir nehmen jetzt einfach mal ganz klar unsere gmail app da geben wir oben wieder rechts auf den auf das viereck mit dem pfeil nach oben suchen uns die markierung drucken raus und da wird uns schon alles angezeigt wählt wenn das noch nicht hat den drucker aus sagt wie viele kopieren ihr haben wollt wollt das doppelseitig drucken einseitig in schwarz weiß könnte alles einrichten und wenn er das getan hat drückt er einfach noch mal auf drucken oben rechts und dann wird schon der druck an den droger geschickt und dann sollte auch in den nächsten sekunden rauskommen aber jetzt fängt er an zu arbeiten zieht das blatt ein bringt den druck raus das geht auch recht fix und das passiert natürlich wieder einer gar nicht so schlechten druckqualität ich würde jetzt einfach nahtlos an die echo einstellungen übergehen warum echo einstellungen warum legt er da so viel wert der typ ich sag mal so also die echo einstellungen dienen lediglich dem drucker es bedeutet der drucker ist wartungsfrei früher mussten es oft durchgespült werden weil die patronen ausgetrocknet sind die heutige heutigen geräte haben alle diesen modus drin da der hersteller sich einen mächtig gedanken darüber gemacht wie man dagegen vorgehen kann vorteil ist der drucker fährt automatisch runter heißt ihr spart strom er fährt automatisch wieder hoch reinigt sich bedeutet für euch bei jedem startvorgang den der drucker macht wenn ihr das gerät ein und ausschaltet wird eine intensiv reinigung angestoßen das hat zur folge dass mehrere milliliter tinte durchgibt durchgespült werden wird bei einem wartungsmodus wie bei echo nicht gemacht also da verbraucht er nur 0,1 bis 0,2 milliliter und das ist wesentlich effizienter das darüber machen zu lassen als den jedes mal an und aus zu schalten heißt für euch ihr geht wieder mit der ok taste wenn er euren homescreen seht in das menü und sucht euch den punkt geräte einstellungen raus da findet ihr dann mehrere einstellungen bis ihr an euren punkt geratet ich muss noch mal selber schauen andere geräte einstellungen und da ist schon der echo modus ich gehe noch mal durch damit er das findet mit der taste aufs menü runter bis zu den geräte einstellungen dann geht ihr durch bis ihr andere geräte einstellungen findet das bestätigt er wieder mit ok und dann der zweite punkt von oben echo einstellungen und da habt ihr dann die möglichkeit die einstellung für den zweiseitigen druck vorzunehmen was ich jetzt nicht unbedingt begrüßen würde wenn er nicht wirklich explizit jedes mal duplex druckt weil aufgrund dieser einstellung wird er immer den duplex druck anstoßen wir lassen das jetzt ausgeschalten wir gehen in unsere automatische ausschaltfunktion die stellen wir auf 15 minuten je nachdem wieviel er druckt wenn er sagt ich druck alle halben stunden dann stellt auf 30 minuten ein wenn er sagt ihr seid einmal am drucken dann soll das ding runterfahren dann nimmt auf 15 minuten umso weniger strom verbrauchter automatisch einschalten soll er sich auch das ganze bestätigt er wieder mit ok und dann sind wir auch schon durch mit der nummer man kann das jetzt natürlich auch testen indem man 15 minuten wartet entschuldige aber das ist nicht unbedingt notwendig der drucker wird runterfahren dann leuchtet nur die kleine led und der display geht auch aus und sofern er notwendig hält sich zu reinigen fährt er hoch und führt das aus empfehlen kann ich euch stellt ihn bitte nicht ins schlafzimmer oder bei eurem kind ins zimmer weil er fährt auch mal nachts um zwei oder um drei hoch fängt dann an sich zu reinigen und das kann beim schlafen schon stören sein ja und damit sind wir auch durch wir haben die energiespareinstellungen gemacht wir haben das wlan eingerichtet die echo modus vorgenommen echo modus einstellung vorgenommen ja und wenn er weitere fragen habt schreibt sie gerne in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da und dann würde ich sagen sehen wir uns einfach bis zum nächsten mal tschau